Hallo und es kommt zu einer weiteren Folge Misscreated. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir sind stehen geblieben mit sterben. Ja, ich würde sagen, wir müssen uns ein bisschen beruhigen. Vielleicht sterben wir ja auch nicht. Wer weiss, vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiss noch nicht wohin. Übrigens, warum ist es jetzt wieder ein anderer Server? Es ist wieder das gleiche Server als vorhin, nur war das so. So, irgendwie an dem Tag, wo ich halt aufnahm, dort war das Server nicht mehr vorhanden. Und deshalb ist ja auch ganz klar, ja, ging das das Ganze nicht. Jetzt bin ich aber wieder auf dem Alter, also Server, wo ich halt schon in die 4 Let's Plays aufgenommen habe. Also auf dem offiziellen Server von Misscreated und zwar den Pool 1. Auf diesem Server bin ich jetzt unterwegs. Immer unterwegs, wenn ich aufnehme. Und ich nehme meistens so... Ja, es ist eben immer verschieden. Morgens meistens. Fast jeden Tag am Morgen. Sultan. Okay, wir gehen zu Sultan. Genau, da nehme ich halt meistens auf. Das Spiel gibt es übrigens auf Steam, was gar nicht ist. Ich glaube nicht zu teuer. Kostet nicht so viel, aber ist relativ... Also ich habe eine halbe Stunde gehabt für den Download. Und sind, glaube ich, 10 GB. Also ist relativ gross. Wo, wenn man denkt, was die heutigen Spiele in Call of Duty und so weiter alles für Speicher brauchen, dann ist es jetzt wirklich klein. So. Gut. Wir gehen hier einfach mal den Weg entlang. Wir haben es überlebt. Aber wir haben keine Kleider mehr. Ich möchte zu Sultan. So, wir schauen mal hier. Das hat überall so ein geiler Weg, weil Sultan... Okay. Okay, dann gehen wir hinten hin. Da hinten, also in diese Richtung geht es nach Sultan. Man muss sich halt so an den... Okay, wir sind in Sultan. Man muss sich halt so ein bisschen an den Schildern sortieren. Wo geht es dorthin? Wo geht es hier hin? Vermutlich haben wir jetzt auch gleich wieder ein Zombie am Start. Hier in den Wagen sollte man immer extrem gut schauen, denn meistens hat es hier coole Sachen. Aber nämlich haben wir eine Taschenlampe dabei. Sie ist uns wurde alles weggenommen. Ich glaube, das kann man auch einen Update raus. So, wir haben einfach wirklich nichts dabei jetzt. Wir haben noch Hunger. Oh, schütteln wir bis Nissen. So, eine Batterie nicht, oder? Geh mal nach vorne. So, es gibt es hier Besonderes. Oh. Ich glaube aber nicht, dass das... Was ist? Doch, das ist so. Ich wohne an der Tankstelle. Da gehen wir mal schauen. Jetzt auch extrem viel Autos und so weiter. Was hat es hier drin? Nichts. Jetzt noch recht viel Gebäude. Vielleicht treffen wir ja auch mal jemanden. Okay, wir haben wieder was zu essen. Hä? Können wir das nicht nehmen? Hä? Stimmt raus nicht. Wieso kann ich die Sachen nicht nehmen? Nicht nehmen. Nicht nehmen. Nicht nehmen. Kleine. Ja. Da sind die Knie gehen. Hm? Jetzt. Boah, wieso kann ich das nicht nehmen? Jetzt muss ich schnell schauen, was ist denn die Steuerung? F ist doch normalerweise. Nein, stopp, stopp, stopp. So, ähm, get beer. Dann machen wir ja Konsum. Gut, dann haben wir wenigstens etwas getrunken und hier essen. Wenn wir schon nicht nehmen können. Warte mal aufstehen, so. Aber es ist nichts drin, ja. Ich will nicht etwas auslassen hier am Automat. Ich möchte das holen. So, nein, jetzt auch nichts. Mann. Nase zu. Naja, ich würde mal so sagen. Es regnet. Wir haben nichts zu essen. Gut, trinken haben wir gefunden, aber trinken haben wir 97%. Ja, lol. Wir schauen mal weiter. So. Der Regen sieht doch so geil aus. Man sieht zwar fast nichts. In echt ist ja auch so, wenn die Sonne scheint. Und wenn es hier noch einen Regenbogen geben würde. Wenn das ist, dann... Wow. Ich habe ja mal den Hunter gespielt. Das war, ich glaube, ganz am Anfang von YouTube. Ich habe noch den Hunter gespielt. Und dort war es ja so... Dort hat es immer, wenn es geregnet hat in der Sonne, dann hat es einen Regenbogen gegeben. Das war richtig nice. Aber... Na gut, es kann schon sein. Ich sehe ihn vielleicht auch einfach nicht. Aber es wäre noch ein cooles Feature. Weil ich finde so kleine Sachen sind noch lustig und... Gut, heaven. Gehen wir mal dorthin. Und dann... Und dann... Wir sehen du Status? Es wäre richtig... What? Okay, es wäre richtig cool, ähm. Ja. Es wäre richtig cool, ähm, ja. Ich will nämlich mal schuhe. Ich hab die Item getroppt. Doch egal. Doch nicht so schlimm, aber ich hab nie Autos. Was ist ja passiert? Oh jetzt richtig viel Loot, denke ich. Ich hab übrigens auch in meinem Bus, die Grafik im Bus ist nicht grad die, ähm, die beste, aber naja. Ja, dann mach der raus. Ich höre ja schon wieder Zombies. Dort hinten. Ich glaub, der macht nicht so viel. Aber der macht nicht so viel. Ich weiß nicht. Das kann ich wieder nehmen. Das kann ich nicht essen. Das kann ich nicht essen. Ja, kann man, glaube ich, nicht nehmen. Das ist ein altes Polizeiauto. Gibt es ja auch Polizei. Alles war gut. Sehr nett. Hier hat es einen Reifen. So gut. Wir haben schon mal ein T-Shirt. Das ist doch schon mal ein Vorteil. So. Aber wir brauchen jetzt was zu essen. Unbedingt brauchen wir etwas zu essen. Okay. Okay. Okay, wir haben Wasser. Wird jetzt nicht darunter springen. So. Und springen, und springen. So. Wölfe, oder besser gesagt, Wölfe, sind hier in dem Wald. Ähm, ja, aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir schauen das nächste Mal, was dort in dem Wald befindet. Und ich würde mich hiermit verabschieden. Wenn es auch verloren hat, mit dieser Folge, ähm, was ist das Spiel? Sekunde. Misscreated? Dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt da nicht zu Sekunden da, Abo nicht vergessen, bis bald, tschüss.